da muss ich ja wohl durch war so dass da oben so kurz akzeptiert öffne die tür etanol das freut mich schon mal nächsten ausweis und einer leeren auslesung diese teile wurden für die ewigkeit gebaut also hat entweder jemand auf der nostromo den mutterprozessor beauftragt ihn zu formatieren oder die daten waren beschädigt bevor sie hier ankamen kann mir vielleicht jemand erklären warum das eine priorität ich speichere lieber wieder ab wer weiß was kommt ja jetzt bin ich eigentlich wieder hier wo muss ich dann dahin okay dann muss ich da lang okay dann heißt es wieder hier lang dann hoffe ich mal dass ich das jetzt hinbekomme ich habe mich verdrückt okay dann muss ich jetzt mal gucken jetzt gehe ich mal meine fingermann das ausruhen kurz der man die hand ausschütte weil das muss jetzt funktionieren und jetzt muss ich mal gucken wo war denn das hier dann da und dann da was ich mal sehen ist ja schon da privat schief die gute nachricht ist dass die archivierung des internen mail system von sebastopol im zuge der stilllegung zu 80 prozent erledigt ist die verbindung zu apollo wurde getrennt aber das einfache nachrichten system funktioniert noch für die leute die noch hier sind die schlechte nachricht wer auch immer das system erstellt hat hat bei der hardware gespart und es gab ein paar und dichte stellen bla 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 weiter ich gehe mal runter könnt ihr euch das lesen durchlesen hier lesen durch genau so audio ist nicht zubehör ist nicht danke so hier ist auch nicht ach ja stimmt die frau kann ja nicht springen ich vergesse das immer wieder als sie nicht in der lage ist zu springen so das ist jetzt schön so und bauen gerät erstellt ach ja was kann ich jetzt noch bauen medikit leuchtfacke rauchgranate cool kriege ich jetzt mal ganze ganzen scheiß endlich mal los hier nee für medikit ist zu spät revolver brauche ich nicht äh hier gerät gebastelt ne da ist so voll hier ist auch alles erledigt leuchtfacke rauch ja ich weiß und die alarmanlage möchte ich mit mir kommunizieren gibt es hier noch irgendetwas der sinn an der alarmanlage ist auch alarm zu machen medikit ja bloß schnell basteln alles nochmal medikit ne das habe ich nicht mehr da jetzt kann ich wieder raus so jetzt muss ich mal diesen auslöser finden damit ich das abschalten kann hat das ein sinn und zweck dass ich hier bin oh hier oh hier Jetzt kommt die A in. Hätte ich bloß Feuer abgespeichert. Ich kann mich gar nicht flacken mit mir hoch. Ich kann mich gar nicht flacken mit mir hoch. Krass. Das bedeutet für mich... Speichern. Aber so schnell wie möglich. Haller, die Waldfee. Okay, rechte Maustaste ist... Revolver. Damit links ballern. So, ich habe gespeichert. Ich glaube... Jetzt kann es losgehen. Wird ja nicht so viel leer haben. Ja? Okay, hast du gut gemacht. Ähm... Hier kam ich doch. Ist denn das viel? Oh, wahrscheinlich hier durch die ganzen Schächte. Was muss ich denn jetzt machen? Jetzt bin ich hier. Und? Ich kann ja nichts machen. Jetzt bin ich da. Ja. Und... Tech... Gesundheit. Techwerkstatt. Ähm... Hacken Sie den Aufzug der... Kommunikation. Ich muss wahrscheinlich komplett zurück. Wenn nicht... Wenn nicht... Speicher... Äh... Lösch ich mich einmal... Also... Gehe ich einmal zum Ausgangspunkt jetzt zurück. Ich werde jetzt erstmal zum Aufzügen gehen. Ah. Okay. Von da kam ich ja her. Okay. Ich habe das eh im freigelassen. Obwohl jetzt war ich schon vorher frei. Okay. So, E. Gut. Dann muss ich mich jetzt wieder konzentrieren. So. Okay. Dann muss ich jetzt... Okay. Code akzeptiert. So. Ich muss auf jeden Fall jetzt nicht aufzügen. So. Ich muss auf jeden Fall jetzt nicht aufzügen. Ich bin nicht umsonst so ruhig. Ich bin nicht umsonst. Ich bin nicht umsonst. Man, diese Musik ist grausam. Also ich muss jetzt auf jeden Fall die Aufzüge holen. Und ich werde mal hier drin verschwinden. Und vielleicht kommt es ja vorbei.